Herrschaften aufgemerkt! Wenn ihr jetzt hübschartig und sitzsam seid, dann zeige ich euch die Quelle im Büdinger Schlosspark, die ich bei meinem letzten Sommerspaziergang Anno 1846 entdeckt habe. Ich habe dieses Wasser nicht nur gekostet, ich habe auch geschmeckt, dass es Salz enthält. Das Wasser habe ich zur Analyse dem geheimen Herrn Liebig nach Gießen geschickt. So Gott will, werde ich es noch erleben, dass aus meinem Büdingen ein prosperierendes Heilbad wird.